ja meine lieben willkommen im nächsten video heute schon vorschlagen so ein bisschen schon kleine sahnestück wir haben ein auto was einem kollegen gehört beziehungsweise frühere bekanntschaften der bruder war richtig der bruder er hat schon echt geiles auto und das wollten euch nicht vorenthalten und deswegen würde ich vorschlagen erst porn oder erst quatschen erst porn weil ihr wollt ja natürlich wissen was es ist also los geht's ich bin ein paar Jahre alt ist kein Bramstchen Karamell ich hatte sie zu der Hecht wie sie Carin civil und sie kiep um turnen hat sie sich wocht, das Ding jiggle jiggle und wir going back to back und ich bin wie hier wie in wir Raleigh das ist das Back in my backflow wir back again so holly das ist das Back in my backflow wir back to change the climate das ist das Back in my backflow wir bring the force like Tommy Ja, jetzt habt ihr das Auto gesehen, schon ziemlich geil, muss ich sagen. Erstmal Respekt dafür. Danke. Erzähl doch mal, erst mal stell dich vor, wer bist du denn? Ja, mein Name ist Daniel, ich komme aus Iserlohn und das ist meine Supra. Ja, in dem Auto verbaut, angefangen mit dem Airlift Performance. Ich muss mal eben kurz reingritschen, hast das alles du gemacht, also wie hast du das Auto gekauft? Also gekauft habe ich es mit einem KW V3 und da habe ich gedacht, das ist mir nicht tief genug. Ein bisschen nachgeholfen mit dem Luftfahrwerk. Eingebaut hat es die Firma Peppergrounds, der Dirk, der macht echt eine super Arbeit. Und was ist da jetzt für eins drin? Airlift Performance und die Steuerung ist 3P. Bin ich super zufrieden mit, lass ich super fahren. Ja, wie gesagt, die Erfahrung habe ich ja auch gemacht mit meinem. Ich hatte auch das Airlift drin, was hatte ich denn für eine Steuerung? Auch Airlift 3P irgendwie sowas, nur nicht, keine Ahnung, das war aber auch eine Airlift Steuerung. Und Fahrkomfort fand ich mega. Also absolut, konnte ich nichts Schlechtes darüber sagen. Für mich war der Grund, ich hatte so ein bisschen mit eintragen, legal. Und du wirst jedes Mal eh auseinandergenommen und ich wollte gar nicht das Auto ablegen, darum ging es mir nicht. Sondern ich möchte eine Höhe haben und fahren und deswegen habe ich gedacht, komm, ist safe und fertig. Und ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Also wie verhält sich das bei dir? Hast du bei dem Auto? Weil, wenn ihr jetzt mal guckt, das Ding ist ja so brutal tief, du kannst so nicht fahren, das ist logisch. Genau. Aber es ist ja auch so nicht legal. Das ist... Ja, du kannst das Auto ja niemals richtig ablegen. Genau, also mit der Rad-Reifen Kombination ist es auf jeden Fall nicht legal. Gut, die Rad-Reifen Kombination ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist ja für dich, also diese Rad-Reifen Kombination ist ja wirklich, wie du ja sagst, für Treffen oder sonst irgendwas. Die dient rein für Showzwecke und im Alltag werden die ganz normalen, originalen Toyota Supra-Räder gefahren. Hast du da nochmal überlegt, irgendwas anderes zu fahren, was du vielleicht legal eintragen lässt? Ich bin an sich recht zufrieden damit. Die Reifen arbeiten ganz gut da drauf und der Fahrkomfort ist top. Wie ist das? Was ist der Grund, warum du die nicht eintragen kannst? Gibt es da kein Gutachten für? Es gibt einmal kein Gutachten für. Was sind das für welche? Es sind ein Draht 48, die von Mario gefertigt werden. Und ja, in den Maßen ist es ziemlich schwierig. Also es ist rundum eine 10,5 x 20. Vorne habe ich eine Eimplastive von 9, hinten habe ich eine 8. Und du könntest ja jetzt eventuell, wenn jetzt, ich sag mal, die Felge legaler wäre, dass du sie eintragen kannst, vielleicht am Tag was Gutachten oder was auch immer, dass du sagst, du fährst dann nochmal einen breiteren Reifen oder so. Also das wäre ja dann denkbar. Genau. Aber gut, dann schaut es halt auch nicht mehr so aus. Ich fahre ihn zum Glück nicht daily im Alltag. Wäre auch schade. Ja, ganz genau. Und da ich ihn hauptsächlich fast nur zu treffen bewege oder sonntags eine schöne Runde fahre, kann man das Risiko eingehen. Wie ist denn bis jetzt dein Score angehalten zu werden? Äh, 0. Echt? Ja. Also ich habe noch keine... Aus dem Saulahn müsst ihr kommen, da funktioniert das. Noch keine Stilllegung hinter mir, also von daher habe ich da echt Glück gehabt, dass das passiert. Ich sag mal, die Stilllegung finde ich auch übertrieben, weil wenn du die Fahrhöhe hast, die ja eingetragen ist, weil das Fahrwerk ist ja eingetragen. Genau, Fahrwerk ist eingetragen. Da bin ich der Meinung, wenn in diesem Zustand ja nichts schleift oder irgendwas ist, lass die Kirche im Dorf. Das ist jetzt so ein Thema, da werden wir alle drüber diskutieren. Muss dann in meinen Augen nicht sein. Da reicht auch, fahr nach Hause, mach deine Reifen wieder drauf, fühl ihn vor und gut ist. So wie es früher war. Genau, so wie es früher war. Es gibt andere Dinge, die ich wesentlich schlimmer finde, wo Serienautos durch die Gegend fahren, die wirklich mal zum TÜV sollten. Anstatt halt, weil jeder Tuner in der Regel, also wenn man so ein Auto mit so einer Leidenschaft aufbaut, finde ich schon, macht man seine Sache, glaube ich, schon vernünftig. Also so sehe ich das und ich denke, ihr seid es ähnlich, aber dieses Thema wird uns noch verfolgen, bis es keine Autos mehr gibt, glaube ich. Denn, ja, wollen wir auch nicht so viel darüber reden, weil das gibt immer nur Diskussionen und schlechte Laune. Okay. Wir können ja mal ein bisschen drum rum gehen. Wir können auch so ein bisschen drum rum gehen. Weil, ich sag mal, ich finde, ich muss sagen, du hast jetzt welchen Motor da drin? Das ist der B58, der 3 Liter. Ist Serie? Ist Serie, genau. Okay. Da können wir aber mal, also wir haben ja schon mit dir gesprochen, dass wir dann, wenn es bei ihm so weit ist, dass die Software da drauf kommt, würden wir euch natürlich auch gerne dann mitnehmen, wenn die Software drauf ist, auch bzw. vorher, dass wir den mal messen und dann mal schauen, was hast du vorher? Was hast du nachher? Denn bei Ronny Seim war der Unterschied ja schon wirklich krass. Also von, ich glaube, 14, also grob 14 Sekunden auf hinterher. 15, glaube ich. Oder sogar 15 auf hinterher unter 10 oder knapp 10, irgendwie so. Und das ist schon eine Menge und ich glaube, das wird bei dir auch so sein. Was hat er jetzt? Was machen die so original an Zeiten? Originale Zeiten, das weiß ich nicht. Ich glaube, 0,100 ist irgendwas mit 4 irgendwas angegeben. Serie hatte 340 PS und ist ja bekanntlich einiges rauszuholen. Gut, aber mit 340 PS, also ich weiß jetzt natürlich das Gewicht, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber ich würde mal sagen, da fährst du auf jeden Fall über 10 mit. Denke ich auch nicht. Ich denke eine 11 irgendwas, da wird er wahrscheinlich klappen. Mindestens. Weil ich sag mal, der F22, der 235 hatte Serie 324, meine ich. Und der war ja auch so bei 13,12 irgendwie so. Damit der auch so bei 12. Was wiegt der? 1,6? Äh, um die 1500. Der ist leichter wie der 1er? Jo. Wenn mich nicht alles täuscht, würde ich sagen um die 1500. Ja gut, okay. Hast du sonst noch irgendwas gemacht? Also du hast jetzt die Felge gemacht? Genau, die Felgen sind 3 Teile von Rad 48. Die Verspollerung, das ist Original Toyota. Mhm. Da habe ich nichts gemacht. Ich habe jetzt von Maxton noch einen kleinen Hack-Spoiler drauf. Genie. Genau. Und... Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das ohne aussieht so richtig. Ja. Weil da fehlt doch irgendwas, ne? Ja, finde ich auch. Das ist auch nicht Serie oder ist das Serie? Das ist alles Serie. Das ist Serie, ja? Außen der Ring, das ist Rückfahrlicht. Ja. Und in der Mitte ist die Nebelschlussleuchte. Ah, okay. Und die haben das in den Scheinwerk? Genau. Die Abgasanlage ist gemacht. Mhm. Was hast du da verbaut? Von DD Customs. Ja. Ist ab, äh, ab Cut. Mhm. Oder beziehungsweise dann ab OPF. Mhm. Ähm. Sind ja leider OPF-Modelle, die Super. Ähm. Obwohl ich den jetzt nicht leise fand. Also muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also mein, jetzt, der hat sich gut angehört. Nicht ultra laut, wo ich sagen würde, das ist schon zu viel. Ähm. Aber der hat sich jetzt für ein OPF, weil ich hatte gestern, äh, wo wir auf dem Heimweg waren, wie den neuen RS3 neben mir. Der hat Gas gegen ihn. Da hab ich gedacht, was ist denn das? Also ist das überhaupt ein RS3? Und das war aber einer, ne? Und der war ja so leise. Ja. Ne, ansonsten, äh, ist noch ein Bübel verbaut. Was ist eigentlich ein Bübel? Darf man sagen, von wem du das Auto hast? Äh, das ist ursprünglich das Auto von Marek Fox gewesen. Ja. Äh, schon. Genau. Erste Hand? Äh. Hast du mal am Sitz geschnüffelt? Am Sitz hab ich nicht geschnüffelt, aber, äh, Handys war noch verbunden. Also von daher, äh. Ja gut, ist ja cool. Hast du den, also hast du dich auch jetzt, oder gab es einen Zwischenkäufer? Genau. Oder hat sie den verkauft? Also sie hat den wahrscheinlich in Auftrag gegeben zu verkaufen. Ganz genau. Äh, ich hab den, äh, bei BMW gekauft. In Hohen Limburg. Und, ähm. Ist auch krass, ne? Wieso, wie kommt die denn da? Wieso hat die den nach Hohen Limburg verkauft? Die hat, äh, da M3 und M4 gekauft. Ah, okay. Ja, das macht man so. Ich mach das auch Zwischenöl. Und, äh, ja, dann, äh, hab ich den da gesehen und bin dann in Probe gefahren und war absolut begeistert. Ähm. Ja, ist halt eigentlich ein BMW, ne? Absolut. Also Innenraum ist, ja wirklich. Hast du vorhin schon BMW gefahren? Nein, gar nicht. Okay. Also ich musste mich komplett damit anfreunden. Erstmal, äh. Weil es ja doch ein bisschen unterschiedlich ist, äh, zum VW-G Konzern. Vorher bist du viel VW. Ja, genau. Okay. Ja, auf jeden Fall geil. Also kann man nicht anders sagen. Ähm. Und vor allem, du siehst ihn nicht oft, ne? Ne. Das ist halt echt so. Also er ist gerade hinter uns hier gefahren. Ist nicht wie Golf GTI oder sowas. Ja, ist so. Also du stehst samtags an der Aralen und dann kommt ja ein Kick hin am anderen. Genau. Obwohl die Zeit auch nicht mehr ganz so krass ist. Ne, ne? Also im Moment sind es eher viele E92, 335. Ja, ist recht so. Ja, genau. So viel da. Aber das ist kein... Das könnte einer sagen. Ja, aber es ist halt wirklich so, ne? Im Moment, also die Zeiten haben sich wieder so ein bisschen geändert. Aber auf jeden Fall krass. Hast du noch irgendwas vor damit? Also ist die Reise jetzt hier schon zu Ende? Ja, auf jeden Fall Software soll noch drauf. Ähm. Man muss ja jetzt fairerweise sagen, sie war ja schon drauf, ne? Ganz genau. Das ist ja gerade auch so ein Thema. Äh, äh. Du hattest eine Rückrufaktion. Ja. Und es war schon eine drauf. Also du weißt wie es ist. Absolut. Es ist unterschiedlich wie Tag und Nacht. Ja, klar. Das war bei uns schon so. Und ich meine, so viel sind ja jetzt nicht auseinander. Genau. Klar, der B58 ist halt nochmal ein Tier, was das angeht. Aber, ähm. Man sagt ja, oder man spricht ja davon, der hat ja definitiv den N54 abgelöst, ne? Und viele wechseln ja, weil sie diese Kinderkrankheiten von diesem N54, wenn du die alle beseitigt hast, ist okay, dann passt das. Aber, ähm. Man sagt halt, dass das halt der Neue davon ist und der halt haltbarer sein soll, ne? Absolut. Kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich habe überhaupt keine Erfahrung. Ich bin auch noch kein B58 gefahren. Also, dass ich das Gefühl hätte, wie es vor dem Ansprechverhalten und so ist. Kann ich noch nicht so sagen. Aber, ähm. Vielleicht könnt ihr mal was dazu in die Kommentare schreiben. Habt ihr die Erfahrung rund N54, N55 zu B58? Denn, ähm. Könnte, ähm. Könnte eine interessante Diskussion sein. Ja. Okay. Also du hast auf jeden Fall noch ein bisschen was vor. Software? Ja, Software. Äh. Ich hätte gerne hinten noch einen großen Flügel drauf. Ähm. Da ist aber die Wartezeit leider ein bisschen extrem. Dass ich das in den Winter schiebe. Ähm. Dass ich die Saison so auf jeden Fall noch gut durchfahren kann. Hast du im Innenraum noch irgendwas vor? Äh. Also, dass du sagst, du willst vielleicht irgendwie was weiß ich nicht leisten. Alcantara, dies, das. Ähm. In irgendeiner Form, sag ich mal. Ich würde gerne das Lenkrad noch machen. Hast du da an deiner Hand? Äh. Ja, ich habe so zwei, drei Adressen. Ähm. Das ist so der einzige Punkt auch wirklich, der mich bei dem Auto stört. Ähm. Weil ich das Designkonzept sehr gelungen finde. Und dann hauen die da so ein Lenkrad rein mit so einem schönen Teller als Airbag. Äh. Aber es gibt keine Alternative, ne? Ach so. Also, ich wollte gerade sagen. Ich habe schon manche gesehen. Also ich könnte ja wetten, dass BMW im Lenkrad passt rein, ne? Von der Aufnahme. Ich habe auch schon manche gesehen in Amerika. Ja, würde mich nicht wundern. Ja, ja, ja. Wenn du die Konturen siehst, das ist alles sehr BMW-lastig. Also in Amerika haben schon manche das vom M4 reingebaut. Ähm. Recaros. Aber alles nach und nach. Also ich denke für dieses Jahr ist da genug dran gemacht worden. Das sind auch die Performance-Sitze rein, ne? Ja, ja. Ich weiß, aber ich weiß nicht, ob die da drin aussehen. Also von der Rückenlehne ja, aber von der Sitzschale nicht. Weißt du, wie ich meine? Ob die optisch wirken würden da drin, würde ich damit sagen. Weißt du? Kennst du die Performance-Sitze? Ja. Das sind ja quasi die Recaros, nur halt anders bezogen. Also da ist ja hinten der Rücken, der ist so. Die Rückenlehne ist ja da halt so. Die haben eine andere Kultur. Äh. Äh. Konturen. Konturen als der Pole Position Sitz, ne? Beziehungsweise das stimmt ja gar nicht. Der Pole Position ist ja der Recaro und dann gibt es ja diesen CES. Den meine ich. Okay. Die waren ja auch, glaube ich, hier in dem Opel OPC und so. Ja, ja. Mehrere Autos haben so solche. Das waren die Sportster CS. Genau. Genau. Die sind ja sehr baugleich damit. Nur die Konturen sind halt anders. Genau. Und ja, das wäre jetzt zuerst mal das Einzige. Ähm. Ansonsten gerne noch eine Frontlippe. Da konnte ich mich aber nicht so richtig entscheiden, was ich dafür nehmen soll. Aus Vollcarbon sind die mir ein bisschen zu teuer dafür, dass die wahrscheinlich zwei Wochen halten. Ja, ist das so. Nein, jeder weiß es, glaube ich. Ja. Ja, cool. Cool. Muss ich ganz... Jetzt mal eure Meinung. Wie findet ihr den? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich ja mit anderen Marken nicht immer so identifizieren, muss ich sagen. Ja, schon. Aber wir sind gerade, als du hinter uns her gefahren bist, sagst du, guck mal ein Rückspieler. Und ich guck da an und denke mir so, was ist das? Also, was ist das? Weil ich den nicht als Supra erkannt habe. Definitiv nicht. Aber du denkst dir, was ist zum Fall? Wenn der ankommen würde, hätte ich jetzt nicht drauf getippt, dass das ein Supra ist. Ja, genau. Der liegt schon böse. Ich hab jetzt so diesen Gedanken, was machst du, wenn du linke Spur Autobahn fährst und der kommt angeflogen? Erstmal fragst du dich, was ist das? Du fährst nicht beiseite, du fragst dich erst mal, was ist das? Dann denkst du dir, je nachdem mit welchem Auto du unterwegs bist, gibst du Gas. Und dann wirst du merken, du kriegst hier nicht los und fährst rechts rüber. Vermutlich. Denkst du ein bisschen an den Akku? Ja, warum? Du musst jetzt nicht abrupt abbrechen, aber... Ich soll an den Akku denken? Okay. Ich beende das jetzt trotzdem. Denn weil das Auto so geil ist, kriegt er jetzt noch ein Porn hinterher. Und damit würde ich auch sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Seid gespannt, wenn wir den messen. Und ja, piep piep, hab euch lieb und so. Wisst ihr Bescheid, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Josh. Ja, par comigo. Ich verrufe. Lasst euch ja nur auf denальноste Autor question. Denkst du probierst euch. Vielen Dank.